Hey, na? Übelst lange her. Schön, euch zu sehen. Willkommen zurück. Hey, Film oder was? Ja, jetzt geht's wieder los, Mann. Wie, nichts geht los. Doch, jetzt geht's wieder los. Hältst du dich in so lange, bis ich da einschlage? Ja. Ja, dann los geht's. Yes, los geht's. Zur Feier des Tages habe ich auch den Held meiner Kindheit mitgebracht. Also viel Spaß beim Video. Fremden gehen, wendern. Schauen wir mal, ob wir irgendwas achten können. Ja, ja. Hier verbirgt sich irgendwo die fremde Schwimstens des Homo-Sapiens-Sapiens. Ich glaube, ich kann einen sehen. Wir treten meistens in Gruppen auf. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ziemlich Überzahl ausnutzen, um einen tödlichen Angriff zu stellen. Ich sehe schon sehr interessante Vielfalt hier. Die Augen. Die Augen zeigen, er ist in der Balzzeit. Und er ist spitz wie Lumpi. Ich vermute, das Weibchen befindet sich unter ihm. Wir haben diese Spezies gerade bei der Nachwuchsaufnahme gestört. Das heißt, sie sind besonders gefährlich. Oh, da kommt eine ganze Herde. Ich werde versuchen, sie zusammenzutreiben. Nur so sind sie beherrschbar. Alles unter Kontrolle. Ich kann auch jederzeit eingreifen. Wenn ich das von der Gruppe trenne, ist es nicht mehr so stark. Ich versuche jetzt künstlich eine Befruchtung herzustellen. Ich glaube, sie haben mich gesehen. Ab diesem Punkt kann man nichts anderes tun, als sich ruhig auf den Boden zu legen. Diese Spezies hat keine besonders ausgeprägte Intelligenz. Wenn ich mich nicht bewege, vergessen sie einfach, dass ich da bin. Ich bin einer von ihnen. Vielleicht schafft mich der Gruppe an. Ich glaube, sie haben mich noch nicht gemerkt. Vielleicht können wir eben einen Balzrufe entlocken. Man darf sie nicht nur schätzen, sie sehen ungefährlich aus. Aber eine falsche Bewegung und es ist aus. Ich glaube, eins wird Kontakt mit mir aufnehmen. Ich habe eins. Ich habe eins. Und seht ihr, jetzt bin ich außer Reichweite. Sie kommt nicht mit ihrem Fangarm in meine Richtung. Pass auf, nicht bewegen. Ich bin nicht bewegen. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Eine falsche Bewegung kann jetzt nicht sein. Ich kümmere mich drum. 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 time 1 an dieser stand gibt es kein zurück mehr Ich kann euch nicht lang halten. Dieses Tier ist besonders widerständig. Das Tier ist besonders widerständig. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall schön warm in dem Wasser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es wird richtig schön jetzt. Da vorne kommt noch ein Reha, das nehme ich noch mit. Ansonsten, man sieht sich. Das Rafa TV ist wieder am Start. Das ist ein Grund zum Feiern. Das Rafa TV ist wieder am Start.